Achieved with CryEngine Ach Danke Lynn White Danke, dass du den für mich gekillt hast Ist das ziemlich spannend? Nicht Oh Alter, der hat mich komplett weggehastet, den Kerl Der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist Drüben ist noch einer Den hole ich mir, oder? Warte, ich muss kurz nachladen Okay, let's go Hop, ich bin CSGO-Legende Jetzt keine Chance kriegen wir nicht Da ist er Was ist jetzt, hä? Alter, da Hey Also Granaten schmeißen ist eigentlich assi Da ist doch ein Feind neben mir Ja, jo Da steht einfach ein Feind genau neben mir Der macht nix mit der Zunge im Maul Achtung, Nate Muss mal Gut, ich muss sagen, es macht ein bisschen Spaß Alter Leila Pass auf Ein bisschen snipen Können nix, Alter Die treffen nix Oh mein Gott Easy peasy Achtung, ich geh mir mit Pistol vor Damit es ein bisschen fairer ist Achso Hör mal, ich kann glaube ich wiederbeleben, ne? Hä? Die gehen, die gehen einfach Die Mates Er hat den Snipe Ich will ein anderes Ding nehmen Geil, Alter Ich glaube, damit mache ich die locker weg Ist da einer drin, oder was? Oh ja, da ist einer drin! Absolut einfach Es ist einfach zu einfach Das Spiel Da ist einer Later Ja, das ist scheiße mit Snipe Das ist langweilig Geben wir mal ne gescheite Waffe Wo war das nochmal? Ey, wir verlieren auch Wenn wir jetzt nicht aufpassen Es ist gerade ein bisschen knapp So Und dann hier durch Warte Mates, bleibt mal stehen Na, easy Nate kill Aqua Oh Oh, du Dreck, Sau Warte Later Mein kleiner Kekofreund Boah, Alter Bubbla geht ab Das wird ein Movie jetzt Warte Oh shit, der hat mich gesehen Oh Okay, Achtung Pistol Nicht Warum nehme ich die wieder Ich will die Pistol, bitte I'm so fucked right now No Oh, ey, aber Ich habe uns gute Kills gemacht Also das Spiel wirkt irgendwie keckig Pff Besser No Noah Ja, wir sind trotzdem so am Gewinn Guck, ich bin bestimmt Ich bin nicht erster Tschüss Easy Du kleine Wutz Was Wo bist du hergekommen? Da bin ich Die coole Socke That's me Habe ich jetzt irgendwie dieses Geld-Geld bekommen? Zum Senior, ne Die wissen, wie alt ich bin Das war jetzt Team Deathmatch Naja Es gibt ja ganz viele Modi Back And Tag Natürlich gibt's einen Shop, klar Battle Pass, wie gesagt Weiß ich jetzt nicht Was hier wirkt So wie das in Kot Mein Inventor Ich habe eine ziemlich krasse Sig Sauer Die ist lila Die ist epic Ich könnte euch einen guten Preis machen Also was hier direkt kritisch wirkt Das ist irgendwie Du kannst ja sogar Du kaufst dir ja nicht nur Skins Sondern tatsächlich mehr Protection Pay to win Holt 10 Das sind auch keine Skins hier Das ist Du kaufst dir ja Waffen mit dementsprechender Damage Range und so weiter Angaben Du bist ja einfach stärker Was ist ein Rotz? Also das ist schon irgendwie gräblich Was ist PvE? Backups? PvE Training? Ich will PvE mal Ach Mission Sag bloß das sind Ist das so wie bei Dingen? Wie bei hier Wie heißt es? Rainbow Six? Siege? Da gab es auch Mission Das weiß ich noch Kann ich PvE nicht einfach alleine spielen? Hä? Okay ja dann Gehen wir mal rüber nach Asien Oh Alter was ist mit ihr los? Die Pay to nur hat wo richtig fett rein Ich muss vor Jungs Tschüss Warte Geh weg Easy Boah Der lebt noch Danke Achtung da ist noch einer Alter easy Oh mein Gott ich mach so Insane Headshots Bubbler Wenn sowas bei sich Skor reingehen wird Leute Was ist hier jetzt los? Da Was ist da meine Nade? Also ich spiel mit Handicap Hier mit Pistol Habt ihr immer noch eine Live? Sag mal seid ihr blind? Und die anderen bleiben voll zurück Ich renne vor mit der Pistol Und Hä? Hier Weiter Boom Wo ist es in meinem Live? Da unten rechts Ich bin fast noch komplett voll Hab noch ein bisschen Ding verloren Was reden wir hier? Auf Keck oder was? Das ist meiner Ich will einschlagen Warte ich will mal meinen Kloppen Lass mich mal kurz nur rum Warte Da Männer Frescht mal rein Oh ich bin fast tot Ah ok vielleicht geh ich zurück Alles gut Ich hab äh Wollten wir testen Ach klar Paketen Leute jetzt bin ich aber echt so gut wie tot Ne Ich bin den da oben gesehen Babler 24 Kills Alle ich renne mit P Ey aua Beruhig dich mal Udo Ok Ich glaube das sind Das sind Kinder Oder auch Bots Mit denen ich spiel Ich denke das sind Menschen Die einen hat ja auch Geld ausgegeben Wir sollten vielleicht ein bisschen zur Seite gehen Jungs Bisschen gefährlich Wir sind eben nur an einen gewissen Punkt gekommen Die Mates werden revived Ich geh einfach vor Das sind normale Spiele Aber irgendwie Haben die halt viel in Skins investiert Aber nicht in Skill Raketenwerfer Oh Ok du spielst noch gut Leute Ok ja Das ist sehr gut Chillig chillig Wir brauchen noch mehr Raketenwerfer Leute Achtung Ich mach das alle Alles klar Ich mach's alle Das war's Komm ich will jetzt einen Raketenwerfer Kill machen bitte Leute da ist er schon Könnt er mich bitte aufheben Ich war vielleicht etwas übermütig Hallo Klein dreckigen W***er Ah da bin ich wieder Ich hab nichts gesagt Die hat fünf Kills gemacht Fünf Fazit Hm Ist jetzt nicht so gut Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen Dann zur Weihnachtszeit Dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse Denn dann geh ich mit deiner wirklich fette Mutter Auf die Instagram-Messe What?